Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten. Hier ist wieder euer Bauer Call. Und wenn man jede Woche für euch so ein kleines Filmchen macht, dann ist man irgendwann, gerade in Corona, richtig froh, wenn einfach mal nur Feiertage kommen. Weil dann ist einem klar, was man sagen kann. Nämlich auch unter schwierigen Bedingungen frohe Ostern. Und wenn ich von schwierigen Bedingungen rede, dann meinen wir ja wohl eher lästig. Eher lästig, weil das, was ist, ist ja nicht schwierig. Kein Hochwasser, kein Erdbeben, kein Krieg, viele Unannehmlichkeiten, gar keine Frage. Aber die meisten von euch, und darauf kommt es an, können Ostern immer noch miteinander schön verbringen. Und diese schönen Osterfeiertage, trotz allem, ich muss es sagen, bevor wieder so viele schlimme Kommentare unter meinem Film stehen. Diese schönen Osterfeiertage, die wünschen wir euch von Herzen. Und, naja, vielleicht macht das Wetter ein bisschen mit, vielleicht auch ein bisschen nicht, weil nach Ostern soll es schon wieder schneien. Egal, genießt jeden Moment. Übrigens, das ist nicht nur das richtige Motto für Ostern, sondern, ihr werdet es nicht glauben, fürs ganze Leben. Schöne Feiertage. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.